gut ne mich hat halt hätte ich dir jetzt auch gegeben weil ich hätte es nicht gebraucht ja eigentlich bist du der der was gehen sollte ja ich weiß aber missing in action ja es ist missing was ja früher kann alter ich auch jedes mal der ist der mumu kommt runter z ist noch mitte der ist verzieht sich glaube ich gerade von der land oder fällt nur zurück aber ich glaube verzieht sich jetzt kommt mit weg runter wird er hin er ist fehlt wird schon wieder hinterher schmeißen das ist hier der ist es auf top wird erst mal hier oben bleiben und mein power der mal der macht es nicht mehr lang es könnte helfen wenn du dir ein gold-item holst ja ja es sollte tild ihr helfen könnte mir helfen also er ist top ich will mich gold-itemus kurz vorne das kommt zu euch was geht jono unterleben war nix ich glaube nicht gefährlich hatte ich gebäßt oder ich helfe euch noch mal nein geht doch bist du geworden du kannst es jetzt auch ja ja er schaufe ich immer unter wert geworden ari war immer ganz gut top ss war dein rabaddon wieder der der ich die ganze zeit da hinten und wartet nur darauf bis ich die lane nachher zu ihm vorfarme das sieht so aus jetzt geht er jetzt gleich wieder becken so einmal leute ich war nicht am ende ja das sonst würde mich gerne flamen aber ich muss was trinken dann mache ich mit ich setze mein wort jodo mode ja la kalavala was geht auf den kommt und top ist Ach, der Tau ist ja weg, dann können wir ja... Wir müssen mal Dragon machen. Okay. Ach! Machen wir gleich mal noch Mr. Mrs. Darius. Erstmal Blitzcrank und Darius holen. Hotlane hier beim Dragon. Soll ich runterkommen, oder? Okay. Ich beeile mich. Danger. Was soll? Von hinten kommt Seth. Von hinten kommt Seth. Putz. Ja, okay. Danke, Eds, dass du stehen bleibst. Um Minions zu treffen. Fuck, 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 fuck. Ja, komm, ja, ja, nein, ja, doch, ja, doch, ja, 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 ja. Hahaha. Hab ihn. Hab es, mit nem Tower. Los. Ähm, 70 AP? Ähm, nein. Okay, komm, wir gehen mal. Nice, Double Tötung. Oh Mann, dieser Amumu, den hol ich mir noch von hinten. Alter. Auf einmal noch 17 AP. Easy. Oh, 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 oh. Oh, fuck. Ja, komm, Lorenz, lass es mal gehen. Vielleicht war das ein bisschen zu viel, aber nur vielleicht. Aber wir haben ein bisschen overextended. Also Nauti ist auch ein geiler Supporter. Was ist ein geiles Support? Nauti. Oh ja. Ich wär, ich wär, glaub ich wär auch ein ziemlich geiler Support mit dem, kann ich euch sagen. Ja, aber, das ist zu mainstreamen. Okay. Ho ho. Hüpste, hüpste, hetero, yeah. Ja, hetero nicht hetero. Äh, eh, eh, eh. statics stich wird empfohlen ja wird empfohlen vom türken jemanden wobei ich natürlich nichts gegen türken ach was versucht mich mal zu schlagen hast du bist türke versuchen nicht zu schlagen die kommen so ich gib es dir hat mit dem elbogen es ist gerade noch da aber vielleicht kommt die runter zu dir du hast die eigentliche deine ultime der so eingeläuert hat sich verraten nicht gut entkommen soll das damage was von wem und ihr heute 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 hol ich mir kurz der auswärts kommt ja war das ist ein tank an einer seite Ja... Oh! Warte, warte! Ab ihn! Nimm ihn mir aus! Zwei Ultis! Egal, first day. First day. Ja gut, der hat auf mich geult ihn, ne? Ja gut, hab ich gesagt, dass ich das überlebe? Oh fuck. Okay, hau ab! Ich hab mir nur schon von 92. Ich möchte gerne an den Schatten tauschen. Ja, das ist das Problem, wenn ich zu viel will. Dann den Tank anbreiten. Lass ihn mal, warte, du hast kaum Mana. Kron! Kron! Wir ziehen uns ein bisschen zurück. Kron! Ich geh mal kurz auf meine Top und sorg dafür, dass die Lane in seine Richtung pusht. Kron! Warte, machst du das, äh, Phil? Eigentlich war ich, ach, der tauscht ja schon kaputt, wurde eigentlich ein tauscht. Ja. Kannst du dir die Wave clearen, wenn du es schaffst? Äh, ich habe ja eine Flächenabtage. Nimm, 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 nimm. What? Lorenz, äh, ich komm zu dir, dann können wir die beiden machen. Ja. Fuckin. Und hier ready. Ja, für die Volt komme ich auch. Aber du für die Volt. Warte, wenn ich einen mit der E... Ich muss einen mit der E rauspicken. Das wird, das ist, das ist ziemlich sicher. Das könnte eine Trap sein, was die davor haben. Ja, ja, ist das auch. Nee, ist nicht. Darius ist, äh, Topf wieder und Luschen. Warte, soll ich... Komm? Ja, komm, komm ruhig mal kurz mit. Ja, warte, ich soll... Boah, ich glaub... Lass uns mal Amumu holen. Jetzt... Jetzt siehst du ab. Okay. Rätzelein. 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 Good job. Lass uns mal hier, äh, Z holen. Ja, war gut, echt. Nice. One. Ich dachte, er sich aus, dass er uns killt, ne? Hm. Hm. Schön, fette Popel. So, äh, den Tower können wir jetzt machen, würde ich sagen. Äh, nicht wieder rein. Ach, Mann. Ja, das ist easy Gameplay heute. Dann nenne ich mal ein Gameplay. Ja. Los! Hahaha, not mit mich hier. Ja, ja, English for the best. Das ist doch geil, ja. Ja, Mann, das war... Das kannst du irgendwie als Trailer verwenden. Komm mal, ja. Schleckrimmer. Boah, halt, wie Tanki, der Nautiloser irgendwo ist ja. Der schlägt mich um Längen. Schleckrimmer. Was wegehst du? Haha. Was wegehst du? Haha. Die... Da könnt... Irgendwie zu euch kommen. Bei uns sind drei. Ja, ja. Komm noch. Set kommt zu euch hoch, Set kommt zu euch hoch. Kommt... Bekommt mein Schild in die Fresse, ganz ehrlich. Oh, oh, okay. Ich komm, ich komm, ich komm. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ach, echt? Really? Really? Stress nicht. Ja? Oh. Oh. Oh, noch ein Blitzy. Blot. Mit mir. Wenn du schon auf die Fresse ein bisschen aber richtig, ja, Freundchen? Warte, ich, ich, ich... Ne. Pfff... Nice. mit abgekratzt immer ja hier ist das nicht der griff des totenfeuers ist einfach unglaublich geil ja das macht ihr abwegzeit und wenn du es auf jemanden aktiviert das ist eine stärkere penetration ja und vor allem insgesamt 15 prozent schaden seines maximalen lebens wenn ich das auf blitzkrieg drauf mache es den stand dauernd hat meine hand penetriert hat reingehauen so was wollte ich mir jetzt nachher den stadt ja ich mache mir die portland weiter weil ich mir randu ins oben oder frost haben wir holen ja nicht die schon auf den dragon leute was das war so oder randu ins oben anwes okay direkt eintönig gesagt eintönig kennchen und fort dann ich weiß noch dass du einmal in mein headset reingefürzt hast als es dort war es so richtig ein grüner furz wir haben wir mit einer spiegel spiel auf einmal ja als vier gleichzeitig ja die push noch ding werft immer nach hinten was gerade da ist gesehen damit hätte ich rechnen müssen nicht ich sie waren auch extra noch selbst aber das ist ein ding die können sich runter kommen können tun sie wird immer näher okay gut wir müssen sicherheit was party 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 fünf dollar was ist das greater totem trinket ein großes totem leumann kann es upgraden was bringt mir das mehr leben mehr leben link wird er hol dir doch noch den reddorf er sie ich bleib mal kurz ein bisschen nach karen jetzt schon fast schon wenn ich will ja schon wenn ich jetzt in dem bett um 12 uhr am freitag kommendes jahr kommendes jahr da mein pc schon wieder so lauf ich glaube ich schalte sich gleich wieder aus ja ich helfe dir ein bisschen okay also ich gebe dir ein bisschen back-to-board mach dir mal deinen ball rein ob du guckst du bist nein kannst du auch sehen wenn du tab drückst aber okay nein 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 da muss man sich erst noch gewinnen oh ähm wie geht's ich laufe dir von meinen offenen arm in die rade das jetzt ja pass auf eine blitz die cranky fickt euch doch ich komme zu dir oder schafften alte wie viel damage ich mache ja dann nicht gut das habe kein bock auf euch der ein auf euch auch nicht lasst mich einfach warum stirbst denn immer in so komischen orten zwischen zwei gegner um ich bin jetzt gegner team ist ja du du kannst auch unten links und unten in der gucken die tanken und sie drücken zu mainstream und dann raus graben und der stirbt gegen heilen gegen heilen gegen heilen ok ich hatte zwei leben oder so alles gut ok kommen wir lassen taumann müssen taumann wir haben sogar drei tanks ja und einen guten dd der sofort rausgefokust wird so dd ist damage dealer ja schon aber es ist ja heißt das nicht abc oder kv komm der muss jetzt noch fallen und der Ich komm dann jetzt mal von mitte an Oh warte, passt auf die Grabs Oh wir machen noch mit den auf Top Loll, wie hat der mich denn noch gekillt? Lootungsschaden Ne ich feier Mach die Tower an Hehehe, hallo wie gehts? Oh ja, geil ne? Toll Okay Ey die letzten, die letzten Todes sind einfach nur so in Swalllight Oh ja Park, ey Ja ey, kommt auch noch Ja Lorenz komm Nice Jetzt haben wir ab Ja Lorenz vom Matterhorn Sorry Nauti, aber da gibt's keine Chance mehr für dich Das hat er bei der Steve gesagt Ah Ich hab fast aufgerechnet das überlebt Also wir spielen es nicht perfekt, aber wir spielen es gut Oh meine Truppen sind kampfbereit und mein Dorf wurde gerade angegriffen Ich würde aber sagen wir gehen auf Clash of Clans Clash, ja Wir gehen auf Top Weil da müssen wir Clash of Clans Ich geh schon mal zum Tragen Da, sag jetzt Spirits Wie soll das? Oder wie soll das? Geistessicht Ja Geistessicht 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 Das ist übel so OP das Item aber Mein einmal Passiv, Erlebt Regeneration um 20% besser So, ich hab jetzt 3800 live Nice Hallo Tragen Das ist Baron aber ok Wann machen die denn? Achso Machen den oder? Ne weh Anfrage von uns, dass wir den machen Ja ja Die haben den gewartet, die haben den gewartet Wir kommen auch gerade ein Ding ist hier, Lorenz kann man mit Ne 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 Amomo Das geht nicht gut Wir machen erstmal Dragon Erstmal 150 Euro Wir können geworden Wollen können wir machen Aber machen Ja eben hinter uns ist Hinter uns ist äh Darius Warte mal bleibt mir hier stehen Ganz kurz Was war die Top-Lehm? Hallo Drecksack Hä? Geht auch Nein der Drache hat sich von dich abgewandelt Abgewandelt Was auf diesen Blitz Jo Ja gut Er kommt immer von hier rüber Botley Ja wir müssen jetzt die Mitte frei machen Ja gut Habe ich gesagt, dass ich darauf achte Ne War wieder nicht Warum haben wir nicht darauf gewiesen? Hm was? Berliner Freundlichkeit Du passt Hauptstadtstadt sich alle für nur Wo sind die? Ja die wollen Komm Barron, Barron, Barron Barron Jaa Ne 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 Hinter Barron Ja das fliegt Mach mal auch dann Worte hinter Barron Normalerweise Standard Hashtag YOLO Hashtag YOLO Hashtag YOLO Was tust du? Ich musste es tun Ich musste sterben Ich musste sterben Weil meine Mutter schwanger ist Ja der SL kommt her Wir brauchen den Damage Ach wat Drei Tanks gegen einen Barron LOL Ok GG Ja GG 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 Ja gegen drei Tanks massen nix Vielen Dank bis zwischen Leute Haut rein Ciao Ciao Ciao